Daytrading mit Gold und Öl, einfach für Anfänger erklärt. Im vorherigen Video unserer YouTube-Serie Trading Lernen, die du dir ja gerade ansiehst, haben wir uns intensiv mit den wirtschaftlichen Zusammenhängen und den Auswirkungen auf die Kurse beschäftigt. Und insbesondere die Rohstoffmärkte reagieren mitunter stark auf News aus der Wirtschaft und der Notenbankpolitik. Und in diesem Video wollen wir uns daher einmal die beiden Rohstoffe Gold und Öl zunächst hier im Trading-Programm, hier in der Praxis einmal ansehen und anschließend auch noch darauf eingehen, wie wichtig die Entscheidungen aus der Wirtschaft und der Notenbankpolitik sind und wie diese den Kurs von Gold und Öl auch sehr stark beeinflussen können. Falls du die bisherigen Videos unserer YouTube-Serie Trading Lernen noch nicht gesehen hast, schau sie dir auf jeden Fall an. Die Videos bauen aufeinander auf und du findest sie unten in der Videobeschreibung als Playlist verlinkt. So, bevor es jetzt richtig losgeht, noch ganz kurz die Risikowarnung und dann machen wir hier im Metatrader erst einmal ein bisschen Praxis. Den Ölmarkt und den Goldmarkt findest du selbstverständlich wie alle Märkte hier in der Marktübersicht, was einige manchmal so ein bisschen verwirrt. Es gibt hier bei den Märkten mehr als einen Öl und mehr als einen Goldmarkt. Du solltest dich hier an die Spot-Märkte halten, also WTI-Spot und Brenn-Spot für Öl und hier, wenn du mit der Maus drauf gehst, siehst du schon Gold-Spot für das Gold-Trading, für den Goldmarkt. Alles andere sind die Future-Märkte, also das sind die sozusagen auch die Preise, die Märkte, die man in den Nachrichten, in den Medien hört oder auch auf anderen Finanzportalen liest. So, wichtig ist, wenn man Gold und Öl tradet, dass man versteht, wie das Verhältnis ist zwischen Kursveränderung, Positionsgröße und was das dann jeweils im Trading an Wert ausmacht. Das heißt, den Wert der Kursveränderung, das ist ein bisschen anders beim Gold und beim Öl als bei anderen Märkten, die du vielleicht schon getradet hast, wie beim DAX oder in den Währungsmärkten. Und deswegen kannst du das Video gleich gerne pausieren an den entsprechenden Stellen, es für dich aufschreiben, neben dem Monitor kleben, damit du es immer parat hast. Trotzdem möchte ich natürlich sagen, dass diese Zahlen auch ohne Gewehr sind. So, fangen wir mal an mit dem Goldmarkt. Die kleinstmögliche Positionsgröße, die du im Goldmarkt traden kannst, ist 0,01. Das heißt, bei dieser gewählten Positionsgröße, wenn der Goldpreis sich um 1 Dollar ändert, ob er fällt oder steigt, ist egal, um 1 Dollar ändert sich der Goldpreis, dann würde bei dieser Positionsgröße 1 Dollar Veränderung im Goldpreis 10 Cent an Wert auf deinem Konto ausmachen. So, wenn du jetzt die 10-fache Positionsgröße nimmst, nämlich 0,1, dann heißt es, jeder Dollar, den sich der Goldpreis verändert, sind auch 1 Dollar Veränderung, Wertentwicklung auf deinem Tradingkonto. Ja, also bei 0,1 ist sozusagen 1 zu 1 die Veränderung. 1 Dollar Goldpreis Veränderung gleich 1 Dollar auch in deinem offenen Trade. So, wenn wir jetzt nochmal die 10-fache Menge nehmen, dann ist es natürlich so, wenn der Goldpreis sich um 1 Dollar verändert, dann würde das bedeuten, auf deinem Tradingkonto, in deinem offenen Trade, würde sich der um 10 Dollar, ja, verändern. Dann, je nachdem, in welche Richtung du spekuliert hast und sich der Goldpreis dann entwickelt, ja, 10 Dollar Gewinn oder 10 Dollar Verlust. Deswegen ist es schon wichtig, wenn man in den Rohstoffmarkt reingeht, dass man einen Broker hat, wo man sehr kleine Positionsgrößen traden kann. Eben hatten wir hier im Goldbereich 0,01, wo denn jeder Dollar Unterschied hier im Kurs nur 10 Cent auf deinem Konto sind. Das hört sich jetzt erst mal so an, ja, ich verdiene ja gar nichts, aber sie ist auf jeden Fall positiv. Du kannst erst einmal in die Rohstoffmärkte reinschnuppern, du kannst auch mit kleinen Positionsgrößen traden, du kannst einfach üben, ja, und im Live-Bereich, klar übt man vorher im Demokonto, aber irgendwann wagst du vielleicht den Stritt in den Live-Bereich und da kommt es dir sehr entgegen, wenn du wirklich extrem kleine Positionsgrößen traden kannst, weil wir gucken uns das ja gleich noch an. Die Rohstoffmärkte haben einige Besonderheiten, sie sind stark mit der Weltwirtschaft, mit der Notenbankpolitik vernetzt und da gibt es eben viele Auswirkungen, viele Verbindungen, die man beachten muss. Man muss da wirklich Bescheid wissen und das Ganze gucken wir uns ja gleich in diesem Video noch weiter an. Wichtig ist auch, wenn du jetzt einen Trade auf hast, zum Beispiel mit der kleinsten Positionsgröße und der Goldpreis schwankt um 3, 4 Dollar, dann würde das bei der kleinsten Positionsgröße, bei der ja bei dir ja 30, 40 Cent bedeuten in deinem offenen Trade. Es sind immer US-Cent, ja? Oder auch wenn du bei 0,1 die Positionsgröße hast, dann sind es Dollar. Das heißt hier unten, wenn du den Trade offen hast und du hast ein Euro-Konto, wird das automatisch umgerechnet und hier wird schon der Euro-Betrag ausgewiesen, Gewinn oder Verlust. Wenn du ein Schweizer-Franken-Konto hast, wird es in Schweizer Franken umgerechnet. So, jetzt schauen wir uns noch einmal kurz den Ölmarkt an. Die kleinstmögliche Positionsgröße, die du hier traden kannst, ist 0,1 Lot. Und hier ist es so, dass für 10 Cent Bewegung im Ölmarkt, also nicht 1 Dollar, sondern 10 Cent, wenn der um 10 Cent sich verändert, bedeutet das bei dieser Positionsgröße, was die kleinste ist, die du wählen kannst, 1 US-Dollar auf deinem Konto. Bei der 10-fachen Positionsgröße, also 1,0, muss ja aufpassen hier, heißt das, für 10 Cent Bewegung im Ölpreis sind es schon 10 Dollar auf deinem Konto. Das ist wirklich wichtig zu verstehen, damit man weiß, um sich an das Risiko Money Management zu halten, welche Positionsgröße sollte ich hier wählen. Auch hier empfehle ich Anfängern dann erst einmal die kleinstmögliche, 10 Cent, Entschuldigung, 0,1 Lot. Das heißt, 10 Cent Bewegung im Ölmarkt sind schon 1 Dollar auf deinem Konto. Kleiner geht es hier nicht. Bei anderen Brokern ist es noch viel mehr. Da ist es dann wirklich, ja, dass es dann schon die 10 Dollar sind auf deinem Konto. Auch hier natürlich wieder, es ist alles US-Cent, alles Dollar-Bereich, wird dann wieder in die entsprechende Währung umgerechnet. Das ist ganz wichtig zu wissen, um die Rohstoffmärkte traden zu können. Das kannst du dir, wie gesagt, aufschreiben. Ist nur ein Tipp von mir, dann hast du es immer gleich blickparat. So, jetzt kommen wir noch mal zu dem, was sehr wichtig ist für die Rohstoffmärkte. Ich hatte es eingehend gesagt, die Rohstoffmärkte werden entschieden beeinflusst von der Wirtschaft und der Notenbankpolitik. Ja, wer traden möchte, der muss ja ganz generell die Wirtschaft und die Notenbankentscheidungen und dessen Auswirkungen auf die Kurse verstehen. Denn die Börse, all das, was wir hier sehen, ihr kennt meinen Satz da, ist das Spiegelbild der Wirtschaft. Die echten Kurse werden in der Wirtschaft gemacht. Also die realen Kurse, die auch wirklich mit einem Wert unterfüttert sind, werden aufgrund der Fundamentaldaten gemacht. Alles andere ist dann Spekulation mit heißer Luft. Das gibt es natürlich an den Börsen, das wollen wir niemals vergessen. Aber immer dann, wenn die realen Fakten auf den Tisch kommen, durch Konjunkturdaten, durch Notenbankentscheidungen, durch Lagerbestände und was es da alles immer so gibt, dann wird der Kurs wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Er wird wieder geerdet. Die Spekulation wird ein Stück weit oder teilweise auch ganz zurückgenommen. Und das ganze Spiel mit der Spekulation beginnt von vorne. Ja, das ist Börse. Und wer Rohstoffe traden möchte, der muss beim Wissen noch eine Stufe drauflegen, da der Kurs von Rohstoffen, von so vielen Entscheidungen, Nachrichten, Zahlen, Konjunkturdaten, der Nachfrage, plötzlichen Ereignissen in der Welt, Spekulationen und auch ganz aktuell natürlich gesellschaftlichen Strömungen beeinflusst wird, wie wohl kein anderer Markt in diesem Ausmaß. Und alle Rohstoffe werden ja zum größten Teil weltweit in US-Dollar gehandelt. Das heißt, das ist der Preis. Und somit hat die Politik der US-Notenbank einen sehr, sehr großen und fast schon ja direkten 1 zu 1 Einfluss auf die Kurse bei Rohstoffen, da sie dessen Preis durch ihre Entscheidungen ganz maßgeblich mitbestimmt. Man könnte überspitzt sagen, Rohstofftrading ist US-Notenbank-Trading. Und insbesondere der Ölmarkt hier ist noch deutlich stärker getrieben von News, Zahlen und Entwicklungen als zum Beispiel der Goldmarkt. Neben den Entscheidungen der US-Notenbank kommen noch Entscheidungen der OPEC, die Konjunkturdaten, die US-Lagerbestände sowie weltweite politisch-gesellschaftliche Entwicklung wie zum Beispiel Kriege, Krisen oder auch ganz aktuell natürlich klimapolitische Entscheidungen zu. Niemand weiß, wie schnell sich das Ganze ändert, Verbrennungsmotoren wirklich verboten werden. Und diese klimapolitische Sache ist für den Ölmarkt auf jeden Fall wirklich etwas sehr Schweres, was schwer einzuschätzen ist und was wirklich viel Einfluss auf die Kurse nehmen kann in der nächsten Zeit. Und der Ölmarkt war ja schon immer und ist immer und wird es immer bleiben, Spielball zwischen diesen Daten, der Politik und den Spekulanten. Ja und daher ist der Ölpreis mitunter großer Volatilität unterworfen und das macht ihn natürlich auch so interessant für Trader, weil Trader sowohl an steigenden als auch an fallenden Kursen verdienen können und da ist der Ölmarkt sehr spannend, interessant und wenn man ihn beherrscht, auch finanziell attraktiv. Aber Voraussetzung ist immer, immer und zwingend, die Wirtschaft- und Notenbankpolitik, dessen Zusammenhänge und Auswirkungen zu verstehen, das gilt für alle Rohstoffe, hatte ich schon gesagt, nicht nur für Gold und Öl, aber für den letzteren, also für den Ölpreis insbesondere. Ja und da dieses Thema natürlich sehr komplex ist, behandeln wir dieses ausführlich in unserer kostenlosen, ich wiederhole, kostenlosen Trading-Ausbildung auf tradingdusche.de, welche insgesamt über 260 Videos hat. Ja, einen guten ersten Einblick zu den wirtschaftlichen Zusammenhängen und wie wichtig diese für Trader sind, hast du ja auch schon im vorherigen Video hier unserer Serie auf YouTube Traden lernen erhalten und dennoch ist dieses Thema viel, viel breiter und viel schichtiger, als man es in ein, zwei Videos ganzheitlich besprechen könnte. Übrigens, beim Öl werden jeden Mittwoch die Daten zu den wichtigen US-Öllagerbeständen veröffentlicht, was auch für kräftigere Bewegung am Ölmarkt sorgen kann, je nachdem wie die Erwartung war und wie dann die Preise sind. Das ist jede Woche, jeden Mittwoch immer. Sind die Lager voller als erwartet, dann fällt der Ölpreis tendenziell, weil von einer schwächeren Nachfrage oder von einem größeren Angebot auch weiterhin ausgegangen wird. Sind die Lager leerer als erwartet, dann steigt der Ölpreis tendenziell, weil der Markt von einer Fortsetzung der höheren Nachfrage oder von einem geringeren Angebot ausgeht. Ja, natürlich spielen hier auch noch weitere Konjunkturdaten eine entscheidende Rolle, nicht nur die reinen Lagerbestände. Öl ist der Schmierstoff der Weltwirtschaft. Zieht die Konjunktur an, dann wird mehr Öl verbraucht und die Preise steigen. Anderesrum würde natürlich der Ölpreis dann fallen. Im Ölmarkt fließt also das gesamte weltweite wirtschaftliche Geschehen zusammen. Alle Entscheidungen. Also der Ölmarkt ist sozusagen der Pool, wo sich irgendwie alles trifft. Deswegen ist er sehr, sehr spannend. Deswegen ist er aber auch herausfordernd. Und deswegen kann er auch stark schwanken und wird von so vielen Faktoren beeinflusst. Denn Energie, das muss man sich auch mal überlegen, Energie ist in allem drin, in allen Produktionsprozessen, in allen Wertschöpfungsprozessen. Ja, es ist einfach wirklich überall enthalten. Und deswegen hat der Preis für Energie, das Angebot, die Nachfrage, immer ganz krasse Auswirkungen auf den Ölmarkt und auch auf viele andere Märkte, auf viele andere Faktoren, Inflationsdaten zum Beispiel und so weiter. Und damit auch auf Entscheidungen der Notenbanken. Auch gibt es beim Öl den sogenannten Schweinezyklus. Ja, fragt mich bitte nicht, warum der so heißt. Es ist einfach so, wenn die Ölpreise hoch sind, dann investieren die Ölförderer in neue Projekte, die sich vorher gar nicht gelohnt haben. Es gibt ja wirklich ganz unterschiedliche Förderkosten, je nachdem, wo man fördert. Und das passiert dann global. Also es gibt ja nicht nur ein Ölunternehmen, sondern es passiert global. Und das ohne viel Absprache. Das heißt, es wird investiert, es wird sozusagen Kapazität stark ausgeweitet, aufgebaut. Und das führt dann regelmäßig in der Zukunft dazu, dass wir mit einer zeitlichen Verzögerung ein Überangebot haben, welches dann natürlich die Öllager füllt. Und was dann dafür sorgt, dass die Preise tendenziell natürlich eher fallen, wenn die Nachfrage das Angebot nicht abdeckt. Das heißt, wir haben mehr Angebot, dann fällt der Preis. Ja, und fällt der Preis nun länger unter einen gewissen Bereich, dann lohnen sich diese teuren Fördergebiete für die Ölfermen nicht mehr. Und diese werden sozusagen pausiert oder ganz oder vorübergehend stillgelegt, je nachdem, wie viel da noch zu holen ist. Und dadurch kommt es mit zeitlicher Verzögerung zu fallenden Lagerbeständen und steigenden Ölpreisen, weil das Angebot sinkt. Ja, und somit beginnt der Schweinezyklus wieder von vorne. Und von daher sind die US-Öllagerbestände ein weltweit viel beachteter Richtwert, weil es ist einfach, was diese Lagersache betrifft, der wichtigste Richtwert, ist der wichtigste Richtwert für den Markt. Und diese werden halt jeden Mittwoch veröffentlicht. Und so könnten sich jeden Mittwoch interessante Chancen am Ölmarkt ergeben, wenn diese Zahlen veröffentlicht werden, der Markt von anderen Zahlen ausgeht. So, dann haben wir noch die regelmäßigen Treffen der OPEC und deren oftmals bestehenden Uneinigkeiten hinsichtlich der zukünftigen Förderquoten. Und hierzu muss man auch die Hintergründe und die Interessen der einzelnen Förderländer sich ansehen. Ein niedriger oder weiter fallender Ölpreis könnte einige Förderländer dazu verleiten, mehr Öl als abgesprochen zu fördern, um die Staatsausgaben schultern zu können, um die Verschuldung nicht ausufern zu lassen. Denn der Verkauf von Öl ist bei vielen Förderländern oftmals die Haupteinnahmequelle. Und das darf man nicht vergessen. Und die brauchen einen gewissen Ölpreis, um ihre Staatsausgaben zu finanzieren. Sinkt der unter eine gewisse Schwelle? Ja, dann gab es in der Vergangenheit schon mehr Förderung. Das heißt, es wurde noch mehr Angebot auf den Markt gepumpt. Und das führt natürlich dann dazu, dass die Preise weiterfallen, weil die Öllagerbestände sich füllen. Und das drückt die Preise immer weiter. Also es könnte so eine, oder es gab schon in der Vergangenheit des Öfteren, eine Art Abwärtsspirale hier auf dem Ölmarkt entstehen. Und diese kann dann nur durchbrochen werden, wenn man sich dann wieder alle an einen Tisch setzen, konkrete Absprachen treffen und gemeinsame Förderkürzungen auch mit Überwachung, Kontrolle beschließen. Das haben wir auch in den letzten Jahren mehrfach gesehen. Also ja, das ist immer spannend, wenn die OPEC sich trifft. Diese Treffen finden regelmäßig statt. Und dann natürlich auch noch Sondertreffen und so weiter. Und auch da könnten sich, nachdem was für Entscheidungen getroffen werden, auch interessante Chancen am Ölmarkt ergeben. Ein weiterer Faktor, ihr seht schon, also der Ölmarkt ist wirklich sehr, sehr spannend. Ein weiterer Faktor für den Ölmarkt ist der seit einiger Zeit tobende Machtkampf zwischen der OPEC oder OPEC Plus, Plus Russland vielleicht noch dazu, und den USA. Um Marktanteile am globalen Ölmarkt. Die US-Fracking-Industrie hat dafür gesorgt, vor einigen Jahren, dass sich der Ölpreis von damals weit und deutlich über 100 US-Dollar je Barrel auf nunmehr zwischen 50 und 70 Dollar eingependelt hat. Also die USA ist als großer Ölförderer aufgrund des Fracking-Booms mit auf den Markt gekommen, hat einfach das ganze Preis- und Marktgefüge, die Marktanteile deutlich durcheinander gewirbelt. Es gab da wirklich richtig so eine Art Machtkampf um Marktanteile. Ist ein sehr interessantes Thema, kann man vielleicht nochmal ein extra Video zu machen. Wir haben dazu damals vor einigen Jahren auch ein Video zu gemacht, als das aktuell war. Und das ist eigentlich immer noch aktuell. Und in der heißesten Phase dieses Machtkampfes gab es sogar noch deutlich niedrigere Preise, als die eben genannten 50. Der Preis hat sich also über eine längere Zeit von seinen damaligen Höchstständen mehr als halbiert. Und was für viele Ölförderländer natürlich zum Problem wurde und sie noch mehr fördern ließ. Ich hatte das eben schon angesprochen. Und das Überangebot am Ölmarkt, welches seit Jahren besteht, auch jetzt aktuell, wo ich das aufnehme, 2021, hält eben halt bis heute an und ist der Grund für die anhaltend niedrigen Preise. Und das ist sehr zum Leidwesen gewesen in den letzten Jahren, auch aktuell noch der Notenbanken. Denn Öl, das hatte ich gesagt, ist überall drin in allen Produktionsprozessen, ist dadurch auch ein wesentlicher Preistreiber, insbesondere hier bei uns auch in Europa, insbesondere auch in Deutschland und hat somit zu einem nicht unerheblichen Teil dazu beigetragen, dass die Inflationsrat in den letzten Jahren, also der Betrachtungsraum, von dem ich jetzt rede, geht bis 2020, nicht im Zielbereich lag, sondern deutlich weiter darunter, teilweise sogar im Bereich, dass man sagen könnte, hm, kriegen wir jetzt eine Deflation? Das ist nochmal wieder ein anderes Thema, können wir auch gerne nochmal ein Video dazu machen. Aktuell ändert sich diese Inflationsprognose wieder nach oben, was aber nicht durch den Ölpreis begründet ist, sondern den Auswirkungen der geldpolitischen Entscheidungen der Corona-Pandemie 2021 geschuldet ist. Aber, ja, da muss man auch mal gucken, wie das mit dem längeren, im mittelfristigen Durchschnitt, mit dem Inflationsbereich da weitergeht. Es gibt immer Spitzen nach oben, nach unten, aber man muss es dann über die Jahre sehen und dort wird sicherlich eine Glättung stattfinden. Aber das ist ein anderes Thema, aber das verdeutlicht auch, weil für die Notenbank ist natürlich die Inflationsrate mit der wichtigste Faktor, das ist deren wichtigste Hauptaufgabe, haben wir im letzten Video auch besprochen, Preisstabilität, Inflationsrate. Und wenn der Ölpreis sehr stark da preistreibend oder auch preisdämpfend wirken kann, dann zeigt das nochmal, wie wichtig einfach der Ölmarkt, der Notenbankmarkt, die Notenbankentscheidungen auch korrelieren und Zusammenhängen und dass das Ganze beachtet werden muss, wenn man Rohstoffe traden möchte. Ja, das war mal ein kurzer Ausflug in die Rohstoffmärkte. Wie gesagt, wenn du mehr wissen und mehr lernen möchtest, dann hol dir unsere kostenlose Trading-Ausbildung auf unserer Homepage, tradingdusche.de, Link ist unten in der Videobeschreibung. Übe das Ganze hier gerne mal in einem Demokonto, die Rohstoffmärkte und hier insbesondere der Ölmarkt können sehr spannend sein, kann echt Laune machen, auch sich mit der Wirtschaft und den ganzen Nachrichten und den News und die Zusammenhängen zu beschäftigen. Du hast jetzt auch schon gemerkt, dass ich eher mich so ein bisschen auf den Ölmarkt hier konzentriert habe. Einiges gilt auch für den Goldmarkt, aber generell ist der Ölmarkt doch der spannendere Markt, zumindest empfinde ich das so und kannst das Ganze ja mal in einem Demokonto völlig gefahrlos üben. Ein tolles Demokonto, was kostenlos ist mit Echtzeitkursen, also wirklich in der echten realen Umgebung mit den echten Kursen, findest du übrigens auch unten in der Videobeschreibung, dort haben wir das verlinkt und da kannst du dann genau die Positionsgrößen auch verwenden mit den Zahlen, die ich gerade hier genannt habe, also wo ich das vorgestellt habe mit Gold und Öl, weil das ist von Broker zu Broker unterschiedlich, von daher passt das Ganze gut zusammen. Wenn du unten unseren Link dann da benutzt, dann hast du gleich die Zahlen, die wir hier für dich rausgesucht haben. Ja, so, jetzt wünschen wir dir viel Spaß hier bei den Rohstoffmärkten im Demo-Bereich und natürlich darfst du dich auf das nächste Video freuen. Eine Sache hatte ich jetzt vergessen noch zu erwähnen, du hast es sicherlich hier auch schon gesehen, selbstverständlich kannst du auch in den Rohstoffmärkten den Fibonacci-Indikator anwenden. Wir sind ja hier im D1-Chart, deswegen das Ganze hier etwas breiter, da sehen die nicht auf dem Pip genau, aber auch hier am 61er boten sich mehrfach Einstiegschancen, genauso wie am 50er, das heißt selbstverständlich auch im Gold, im Öl kannst du den Fibonacci anwenden. Ich habe jetzt nicht so viel, wie gesagt, hatte ich ja eben schon erwähnt, über das Gold gesprochen, aber wenn du dir das vorherige Video angeguckt hast, wo wir über die wirtschaftlichen Zusammenhänge als Hauptthema sprechen, dort behandeln wir ja auch den Goldmarkt, was den so beeinflusst, klar, US-Notenbankpolitik, weil es ein Rohstoffmarkt ist, also das lohnt sich auch für Leute, die sagen, ja, Gold ist eher so meins, statt Öl, dann guck dir das vorherige Video an, dort sprechen wir auch viel Themen an, Wirtschaft, wirtschaftliche Zusammenhänge, Auswirkungen auf die Kurse, was auf den Goldmarkt passt und selbstverständlich auch in unserer kostenlosen Trading-Ausbildung. So, das soll es jetzt aber gewesen sein, Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.